AMS Speed Dating in Prater? Ja, richtig gehört. Über 80 Stellen sind offen, dafür wurden 200 Bewerberinnen und Bewerber eingeladen, die alle sieben Minuten den Betrieb wechseln, um mit einem anderen Unternehmen ein Bewerbungsgespräch zu führen. Wir haben eine Speed Dating Jobbörse, das heißt wir bringen Arbeitssuchende und Unternehmen zusammen. Es geht um die Besetzung von 90 offenen Stellen in Prater. Es ist ein etabliertes Format, wenn an einem Ort mehrere Betriebe Personal suchen. Wir kennen das etwa im Tourismusbereich, wo für einen Ort oder eine Region, Saalbach-Hinterklemm, in sehr kurzer Zeit viele Bewerbungen gesehen, bearbeitet, Einstellungsgespräche geführt werden können. Es ist für beide Seiten sehr, sehr nützlich. Bei den Bewerbern kommt das Job Speed Dating jedenfalls sehr gut an. Ja, das wäre sehr angenehm, muss ich sagen. Es war eine lockere Atmosphäre. Das Angebot war sehr vielschichtig und interessant und ich hoffe, es gibt eine positive Rückmeldung. Es hat viele Vorteile, sage ich jetzt einmal. Also erstens sind mehrere Unternehmen da. Man kommt von mehreren Unternehmen sehr konkret ins Gespräch. Also man kann auch schneller quasi sich klar werden an beiden Stellen, halt eben Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Also von dem her auch eigentlich sehr positiv. Wir suchen vor allem eben Service-Mitarbeiter. Die Fluktuation in der Gastronomie ist ja nichts Unbeschriebenes, ist ja bekannt. Dementsprechend sind auch wir davon nicht unverschoren, aber wir sind guter Dinge. Vielen Dank. Vielen Dank.